Ich bin geschockt. 5.000 Euro. 15 Euro Einsatz, Digga. 6.000 Euro. Plus das hier. Wie viele Vollbilder er gegeben hat. 6.000 Euro. Absolut krank. 6.000 Euro einfach. Komm, noch ein Falle. Komm, jetzt einmal. Wir drehen noch. Wir haben noch die Hälfte. Uff. Egal, nochmal vier Stück. Guck mal, das ist. 3.70 Euro einfach. Komm, noch ein Vollbild. Wieder. Digga, was geht's? Ey, ey, wir haben schon über 8 Mille gewonnen gerade. Nee, fast 8 Mille gewonnen. Ey, das ist unglaublich gerade. Das habe ich noch nie gehabt. Komm, noch ein Vollbilder. Das ist unmöglich. Mach mal nicht aus, damit ich jetzt zeigen, dass das echt das Geld ist. Keiner glaubt uns das. Das ist unglaublich, Digga. Das ist unglaublich, Mann. Was passiert hier gerade, Digga? Komm, noch einmal. Noch einmal was. Komm. Warte, nicht ausmachen, wenn ich glaube, dass man fähig ist. Guck mal. 8.000. Was? Warte mal. Warte mal, warte mal. Warte, lass mich mal mit dem Ding. Warte, nicht ausmachen, lass mich mal drei Drehe machen. Eins. Warte, ich will drei Drehe nachmachen. 25. Vielleicht kommt was. Lass mich mal drehen, bis 9.000. Zeig, dass das echt das Geld ist. Kranke Scheiße, Digga. Das ist echt. Unglaublich, ja. Warte mal, ich sag mal, dass das echt das Geld ist. Guck mal hier, Typiko. Was geht ab, Mann. Halt sie den Maul. Das waren die krankesten Freispiele. Was war das gerade? 1.000 Euro runtergespielt. Der 10er geht rein. Okay, komm. 1.000 Euro haben wir. 4 Stück fort. 4. 2.000 Euro investiert für dieses Dingensbonus. Okay. Komm, ich sag mal. Einmal voll mit Muße geben. Die Locken gibt der. Digga. Was ist passiert hier? Es gibt einfach immer Verlängerungen. Bauer. Zingadon, viele, glaube ich, oder so. Zingadon, viele, oder so. Keine Ahnung. Nicht zufrieden, aber. Komm, einmal voll mit Muße hergegeben, ne? 4. 1.000 Euro. 2.500 Euro. 2.500 Euro war so. Dann haben gerade noch 25 Euro gespielt. Gerade runtergegangen. 2.500 Euro. Trotz, aber immer und trotz geht er weiter. Immer noch länger, wahrscheinlich. Aber einmal voll mit Muße kommen. Du bist ja immer gekommen. Immer. Einmal ist immer gekommen. Okay, aber du bist auch schon nicht schlecht. Nein, das ist der schlechteste Bonus bisher. Wie ist die Spiele noch? 2. Schlechteste Bonus bisher. Wie ist das? 1.100. Schlechtester Bonus bisher, einfach. Amulett 520 Euro. Komm. Komm. Amulett einmal, Bruder. Komm. Komm, aber nicht mit zwei Stück oder so. Komm, komm, komm. Ja. Komm, einmal ist da 25, was schön ist. Ja, einmal hin. Was ist das? 57. Komm, noch einmal. Fünf Stück müssen kommen, Mann. Hm, geil. Mal hin. 2.500 Euro. 25 Euro Bonus. 5 Uhr, 5.39 Uhr. Ich habe jetzt 15 Euro reingezahlt. Komm. Komm. Komm, wer die Kahl. Komm, 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 komm. Ja. Vollbild einfach. Ey, was geht ab? Vollbild. 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 Es geht einmal weiter. Ey, was ist das für ein Spiel gerade? Komm, 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 komm. Wie ist das? Ich glaube, 200. Als Maul, das sind 1.000 Euro. Nochmal, 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 nochmal. Verlängerung. Verlängerung. Oh, mein Dekker. Komm, 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 komm. Verlängerung. Ey, Bruder. Als Maul. Ey, 7.000. Ey, ich will die farschen. 15.000. Als Maul. Ey, Leute denken, es spiegelt. Ey, Leute denken, es spiegelt. Bruder, keiner glaubt in so einen Scheiß. 50 Euro. 50 Euro reingezahlt. Die Fresse. Warte, lass mich nicht ausmachen. Sag mal, wir wollen beweisen. Mach weiter, mach einfach. Nein, ich will beweisen, die Leute. Das ist echtes Account, das ist hier. Bokastrask. Typico, Typico. Typico, Typico. Niemals. Niemals. Typico, typico.